Bhagavad Gita, Vers 2.29 Einige halten die Seele für wunderbar, einige beschreiben sie als wunderbar, und einige hören, sie sei wunderbar, wohingegen andere sie nicht im Geringsten verstehen können, selbst nachdem sie von ihr gehört haben. Erklärung Da die Gita Upanishad weitgehend auf den Prinzipien der Upanishaden beruht, ist es nicht überraschend, diesen Vers auch in der Katha Upanishad zu finden. Die Tatsache, dass sich die winzig kleine Seele sowohl im Körper eines riesigen Tieres als auch im Körper eines mächtigen Banyanbaumes und sogar in den Mikroben befindet, von denen Millionen und Abermillionen nur einen Zentimeter Raum einnehmen, ist zweifellos sehr erstaunlich. Menschen mit geringem Wissen und Menschen, die nicht enthaltsam sind, können das Wunder des individuellen winzigen spirituellen Funkens nicht verstehen, obwohl es von der größten Autorität des Wissens erklärt wird. Die Selbstbrahmer, das erste Lebewesen im Universum, erleuchtete. Aufgrund einer groben materiellen Auffassung der Dinge können sich die meisten Menschen in diesem Zeitalter nicht vorstellen, wie ein solch kleines Bestandteil einmal so groß und ein anderes Mal so klein werden kann. Deshalb sehen die Menschen die Seele ganz richtig als etwas Wunderbares an, entweder weil sie ihre Beschaffenheit kennen oder weil diese ihnen beschrieben worden ist. Da die Menschen durch die materielle Energie in Illusion versetzt sind, sind sie so sehr mit der Befriedigung ihrer Sinne beschäftigt, dass sie sehr wenig Zeit finden, sich um Selbstverwirklichung zu bemühen, obwohl es eine Tatsache ist, dass ohne Selbstverwirklichung alle Aktivitäten im Kampf ums Dasein letzten Endes zum Scheitern verurteilt sind. Vielleicht wissen sie nicht, dass man über die Seele nachdenken und die materiellen Leiden beenden muss. Manche Menschen, die daran interessiert sind, etwas über die Seele zu erfahren, mögen zwar Vorträge von autorisierten Sprechern hören, doch oft werden sie aufgrund ihrer Unwissenheit irregeführt und glauben, dass die Überseele und die winzig kleine Seele eins seien, ohne dabei hinsichtlich ihrer verschiedenen Größe zwischen ihnen zu unterscheiden. Es ist sehr schwierig, einen Menschen zu finden, der die Position der Seele, der Überseele, ihre betreffenden Funktionen, ihre Beziehungen zueinander und alle anderen größeren und kleineren Einzelheiten vollkommen verstehen. Es ist noch schwieriger, einen Menschen zu finden, der aus dem Wissen über die Seele wirklich vollen Nutzen gewonnen hat und die Position der Seele unter verschiedenen Gesichtspunkten beschreiben kann. Aber wenn jemand auf irgendeine Weise fähig ist, die Seele zu verstehen, ist sein Leben erfolgreich. Der einfachste Vorgang, das selbst zu erkennen, besteht darin, die Aussagen der Bhagavad-Gita, die von der größten Autorität, Shri Krishna gesprochen wurde, zu akzeptieren, ohne sich dabei von anderen Theorien ablenken zu lassen. Aber es ist erforderlich, auch ein hohes Maß an Bußen und Opfern, entweder in diesem Leben oder im Vorangegangenen, bevor man fähig ist, Krishna als den höchsten persönlichen Gott zu akzeptieren. Krishna kann jedoch durch die grundlose Barmherzigkeit des reinen Gottgeweihten als solcher erkannt werden und auf keine andere Weise.